Das ist die letzte Schulaufgabe heute im Jahr. Es geht um die Jahresnote. Ihr wisst, es kommt drauf an. Ich wünsche euch viel Glück. Wer einen Spickzettel benutzt allerdings, dem muss ich das Blatt abnehmen. Ihr wisst, was das bedeutet. Tipp Nummer 1. Der Linealtrick. Lineale haben den Vorteil, dass sie bei Prüfungsarbeiten absolut unverdächtig auf dem Tisch liegen. Und das ist gut so. Denn wenn man klein schreibt, ist auf der Linealrückseite jede Menge Platz für alle schwierigen Prüfungsantworten, wie zum Beispiel Jahreszahlen, Vokabeln oder Mathematikformeln. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schreibt direkt auf das Holz oder auf ein Stück Papier, das man, wie hier, auf die Rückseite des Lineals klebt. Wenn ihr geschickt seid, ist das Ganze ein äußerst unauffälliger Schummelhelfer. Etwas mehr technische Vorbereitung braucht man für die sogenannte Schummelzettelrakete. Auf einem zurechtgeschnittenen festen Stück Karton werden Formeln und Stichworte für die Arbeit notiert. Dann legt man ein Gummiband um den Oberarm und befestigt darin einen Gummi, der am Arm, natürlich unter dem Ärmel, entlangläuft. Am Ende des Gummis, der bis zur Hand läuft, macht man den vorbereiteten Spickzettel fest. Voraussetzung ist ein Jackett oder ein Pulli oder ein Hemd mit weitem Ärmel, unter dem alles verschwindet. Wenn Gefahr, sprich Pauker droht, lässt man den Spicker einfach los und schwupps ist er verschwunden, so als sei nichts gewesen. Und zum Schluss was Einfaches. Der Postkartentrick. Auf einer Postkarte sind alle wichtigen Informationen. Alles, was ihr jetzt noch braucht, ist ein Reißnagel, mit dem man die Postkarte unter dem Tisch befestigt. Bei Bedarf wird die Postkarte einfach ausgeschwenkt und abgelesen. Wenn sich ein Lehrer nähert, dann schwenkt man die Karte einfach wieder unter den Tisch zurück.